Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier zu diesem kleinen Podcast begrüßen, in dem ich Ihnen zwei Zusatzstudiengänge an der Universität Bayreuth vorstellen möchte. Das Technikwissenschaftliche Zusatzstudium, kurz TWZ, und das Zusatzstudium Informatik und Digitalisierung, kurz Digizet. Wer bin ich? Mein Name ist Michael Grünberger. Ich bin der Studiengangsmoderator dieser beiden Studiengänge und bin hier an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Professor für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Technikrecht. Und wir werden uns auch noch in der Vorlesung BGBAT sehr viel miteinander unterhalten können. Ich möchte in den nächsten 20, 25 Minuten mit Ihnen fünf Fragen gemeinsam durchgehen. Warum überhaupt neben Jura noch ein weiteres Zusatzstudium studieren? Was sind denn das eigentlich, TWZ und Digizet? Was muss ich da mitbringen? Was bringen mir diese beiden Zusatzstudiengänge? Und schließlich, wann müssen Sie sich entscheiden? Beginnen wir mit der ersten Frage, weil es die wichtigste ist. Warum sollten Sie neben Ihrem Jura-Studium, das zeit- und ressourcenintensiv sein wird, noch ein weiteres Studium angehen? Wir an der Universität Bayreuth waren seit unserer Gründung vor allen Dingen in dieser Fakultät immer der Auffassung, dass es für gute Juristinnen und Juristen wichtig ist, nicht nur in ihrem Fach sehr gut zu sein, sondern darüber hinausgehend sich Kompetenzen zu erwerben, die es Ihnen ermöglichen, in Ihrem späteren Beruf wirklich herausragend tätig zu sein. Und das war, als wir die Universität gegründet haben in den 1980er Jahren, ein Markenzeichen, dass wir hier den Wirtschaftsjuristen, Wirtschaftsjuristen in Bayreuther Prägung eingeführt haben, die WWZ als zentrale zusätzliche Qualifikation, über die Sie im Podcast vom Kollegen Windhorst noch mehr lernen werden. Wir haben uns aber gedacht, wir müssen ein bisschen weitergehen mit Wirtschaft alleine, kann es nicht bleiben, sondern wir müssen uns andere Fachrichtungen anschauen, in denen die Diskussion zwischen Juristinnen und den anderen Disziplinen wichtig ist. Und genau da haben wir zwei adressiert, von denen wir glauben, dass Sie, also die Studierenden, besser auf die späteren Tätigkeiten und Aufgaben in einer vernetzten Industrie- und Wissensgesellschaft vorbereitet. Wir glauben auch, dass durch ein solches Zusatzstudium Sie besser in der Lage sind, ein bestimmtes Verständnis für die Arbeitsweisen, für die Probleme, aber auch für die Sprache einer anderen Fachrichtung zu entwickeln. Und schließlich erwerben Sie sich dadurch die Fähigkeit, bestimmte technische Probleme rechtzeitig zu erkennen, Sie zutreffend auch juristisch einordnen zu können und Sie dann gemeinsam mit anderen Disziplinen zu diskutieren und gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln. Kurz gesagt, ein Zusatzstudium zeigt, dass Sie sich diese interdisziplinären Kompetenzen erworben haben und dass Sie tatsächlich in der Lage sind, über den juristischen Tellerrand hinaus zu blicken. Warum also TWZ und Digizet? Ich möchte kurz zwei Beispiele nennen, warum aus Juristensicht die Befassung mit Technik und die Befassung mit Informatik und Wirtschaftsinformatik sinnvoll ist. Ein kleines Beispiel aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts, das ist nämlich der Zeitpunkt, in dem das moderne Technikrecht entstanden ist. Was Sie hier sehen, ist eine Dampfkessel-Explosion. Eine zentrale Aufgabe des Technikrechts, und unter Technikrecht lassen sich ganz viele Bereiche fassen, eine zentrale Aufgabe des Technikrechts ist es, hier sicherzustellen, dass es bestimmte Gefahren von Technik verbringert werden oder festzulegen, wer haftet, wenn sich die Gefahren von Technik realisiert haben. Um diese beiden Fragen beantworten zu können, ist es aber immer sinnvoll zu wissen, wie Technik funktioniert, welche Möglichkeiten und Fehlerquellen es gibt und wo bestimmte Risiken vorliegen, damit wir gemeinsam mit den Spezialisten diese juristischen und politischen Fragen besser entscheiden können. Genau zur Vorbereitung dieser Regulierungsentscheidungen, zur Vorbereitung von Haftungsfragen, auch zur Vorbereitung von Haftungsfällen in der Praxis, glauben wir, dass wir mit dem TWZ einen wichtigen Beitrag leisten können, weil sie dadurch signalisieren können, dass sie bereit sind, sich in diese technischen Vorgänge einzudenken und dass sie demonstrieren können, das schon erfolgreich getan zu haben. Wenn wir uns jetzt den Fragen der Informatik zuwenden, so brauchen sie nur die Zeitungen, die YouTube-Videos etc. der letzten paar Jahre aufzuschauen und sie werden von bestimmten Begriffen erschlagen. IoT, Blockchain, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen. Alles sind Begriffe, die teilweise auch als Buzzwörter funktionieren und zwar deshalb, weil wir nicht immer genau wissen, was damit gemeint ist. Gleichzeitig stellt sich eine enorme juristische Regulierungs- und Regelungsaufgabe. Sie werden sicher sein, dass Sie in Ihrer späteren Praxis mit sehr vielen dieser Wörter zu tun haben werden und Antworten auf Fälle und Fallfragen finden müssen. Was wir glauben, mit dem DGZ hier zu leisten, ist es, Sie in die Lage zu versetzen, besser zu verstehen, welche Sprache hier gesprochen wird, besser einschätzen zu können, um welche Probleme es geht und dadurch besser in der Lage zu sein, adäquate Lösungsinstrumente zu entwickeln. Wir bereiten Sie dadurch auf die zukünftigen Herausforderungen als Juristinnen und Juristinnen in wirklich sehr unterschiedlichen Berufsfeldern wieder. Das gilt für die DGWZ wie für das DGZ gleichermaßen. Was aber sind das jetzt nun eigentlich? Was bedeutet denn DGZ und DGZ? Was bedeutet denn Zusatzstudium? Zusatzstudium bedeutet, dass Sie diese Studieneinheit nur parallel zu einem anderen Studiengang durchführen können und das sind der Staatsexamenstudiengang bzw. der LLB Recht und Wirtschaft, der bei uns ohnehin nur im Winter beginnt. Sie alle haben sich hier für den Staatsexamenstudiengang eingeschrieben. Sie sind also diejenigen, die in diesem Studiengang teilnehmen können. Zusatzstudium heißt weiter, dass dieses Studium parallel zu Ihrem Staatsexamenstudiengang abläuft, dass Sie in jedem Semester Vorlesungen besuchen können und im Anschluss an diese Vorlesungen Prüfungen schreiben können. Wie sieht das genau aus? Linke Spalte, TWZ. Hier gibt es zehn Lehrveranstaltungen, die von anerkannten Kolleginnen und Kolleginnen ihres Fachs der Fakultät für Ingenieurwissenschaften gehalten werden. Und diese Lehrveranstaltungen, und das ist das wirklich Besondere beim TWZ, diese Lehrveranstaltungen sind maßgeschneidert für die Juristinnen und Juristen. Alle Vorlesungen sind so konzipiert, dass Sie als Adressaten im Mittelpunkt stehen. Das ist mir deshalb wichtig, damit ich bestimmte Hürden, die Sie vielleicht haben könnten, ach, da soll ich mich in so eine Vorlesung reinsetzen, wo möglicherweise alles Ingenieure drin sitzen, und ich verstehe da nichts. Nein, genau das ist nicht der Fall. Die Vorlesungen sind nur für Sie konzipiert und sind gerade nicht Vorlesungen, in denen Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure drin setzen, sondern allein Juristinnen und Juristen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, das Tempo der Vorlesung etwas mitzugestalten. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, dass die Dozentinnen auf ihre Probleme etwas stärker eingehen können. Im Digizeit haben wir ein bisschen ein anderes System. Da haben wir uns auf ein Minimum von sechs Lehrveranstaltungen verständigt. Davon sind fünf aus der Wirtschaftsinformatik beziehungsweise der Informatik. Und eine müssen Sie als juristische Lehrveranstaltung besuchen. Sie können aber auch insgesamt drei juristische Lehrveranstaltungen besuchen, sodass es insgesamt acht Voranstaltungen geben kann. TWZ zehn Veranstaltungen, Digizeit sechs Veranstaltungen. Jedes Semester werden hier Veranstaltungen angeboten. Das heißt, der Einstieg ist grundsätzlich zu einer Einschränkung zum Digizeit werde ich gleich kommen. Aber der Einstieg ist grundsätzlich jederzeit möglich. Schauen wir uns noch mal ganz kurz nur die Fächer beim TWZ an. Was hier als Grundlagen und Vertiefungsfächer dargestellt ist, ist nur eine inhaltliche Strukturierung. Sie können mit jeder Vorlesung unabhängig davon beginnen, ob Sie andere Vorlesungen besucht haben. Alle Lehrveranstaltungen sind komplett unabhängig voneinander. Und wie Sie sehen, beispielsweise jetzt im Sommersemester, gibt es die Vorlesung Produktentwicklung für Juristinnen und Juristen. Es gibt die Vorlesung Energietechnik, die Vorlesung Biologietechnologie, die Vorlesung Toxikologie und die Vorlesung Werkstofferzeugung. Fünf Angebote, die wir in diesem Sommersemester bereitstellen. Die anderen fünf kommen im Wintersemester. Mein Tipp wäre es, gehen Sie in ein, zwei Veranstaltungen rein. Produktentwicklung und Biotechnologie eignen sich dafür erfahrungsgemäß besonders gut. Die Energietechnik, die ist vielleicht zum Start die herausforderndste. Da würde ich vielleicht nicht als erstes reingehen, aber die beiden anderen eignen sich besonders gut. Gehen Sie rein in den virtuellen Classroom, schauen Sie sich an, ob das was für Sie ist und entscheiden Sie dann, nachdem Sie die Prüfungen geleistet haben, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. Aber seien Sie neugierig, besuchen Sie die virtuellen Lehrveranstaltungen in diesem Semester und stellen Sie dann fest, ob das was für Sie ist oder nicht. Im Digizet sind das die Module, die Informatik- und Wirtschaftsinformatikmodule oben und die Wahlpflichtmodule, wo Sie ein juristisches auswählen müssen, unten. Sie sollten die Wahlpflichtmodule erst dann besuchen, wenn Sie bereits die Informatikmodule besucht haben. Das ergibt dann Sinn und fördert Ihre Vernetzung. Während man beim TWZ jederzeit beginnen kann, ist das beim Digizet nicht so ganz der Fall. Da gibt es eine Vorlesung, nämlich die Vorlesung Einführung in Informatik, die leider nur im Wintersemester angeboten werden kann. Und diese Vorlesung ist schon wirklich sehr hilfreich, um die anderen Vorlesungen zu besuchen. Ohne diese Vorlesung gehört zu haben, ergibt es beispielsweise keinen Sinn, in die Vorlesung multimediale Systeme zu gehen, die in diesem Sommersemester angeboten würde. Sie werden da vermutlich nicht mitkommen. Es sei denn, Sie haben schon Grundkenntnisse und Vorkenntnisse, die Sie aus der Schule oder aus anderen Zusammenhängen mitbringen. Dann können Sie mit dem Digizet durchaus schon jetzt starten und den Leistungsnachweis im Winter nachträglich erbringen. Ansonsten, für die vielleicht meisten unter Ihnen, würde ich sagen, notieren Sie sich das, schauen Sie sich das an und starten Sie im Wintersemester dann mit dieser Vorlesung Einführung in Informatik und einer weiteren Vorlesung möglicherweise IT-Sicherheit beziehungsweise Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. Diese beiden werden ja im Winter angeboten und schauen Sie, ob Ihnen das was bringt und ob Ihnen das was zusagt. Was müssen Sie mitbringen, wenn Sie sich für diese Zusatzstudiengänge interessieren? Ich glaube, es sind im Kern jeweils vier Dinge, die relevant sind. Und das Erste tun Sie schon, indem Sie sich nämlich entschieden haben, in Bayreuth Jura zu studieren. Diese Entscheidung war schon für sich genommen goldrichtig, aber jetzt stellen Sie fest, dass Sie noch viel besser war, als Sie vielleicht gedacht haben, weil Sie dadurch in die Lage versetzt werden, wählen zu können, ob Sie eines oder beide dieser Zusatzstudiengänge zusätzlich machen möchten. Um das zu tun, müssen Sie ein bisschen neugierig sein. Sie müssen aufgeschlossen sein für etwas, was abseits des juristischen Tellerrandes liegt und Sie brauchen eine bestimmte Offenheit und Innovationsbereitschaft. Innovationsbereitschaft eben deshalb, weil Sie sich mit Fragestellungen befassen, die nicht zum Kernbereich des juristischen zählen, die allerdings ganz wichtig werden, wenn Sie später erfolgreich juristisch tätig werden wollen. Und dann brauchen Sie entweder für das TWZ ein Interesse an Technik oder für das Digizeit ein Interesse an Fragen der Digitalisierung. Und hier geht es jedes Mal darum, dass ich wirklich die Betonung auf Interesse legen möchte. Wenn Sie kein Interesse daran haben, dann sollten Sie das gar nicht machen, weil dann kostet Sie das nur Zeit und Sie werden frustriert. Wenn Sie Interesse daran haben, dann gilt, kombinieren Sie das mit Ihrer Neugier, besuchen Sie die virtuellen Lehrveranstaltungen in diesem Sommersemester und schauen Sie an, ob beim TWZ was für Sie dabei ist und für das Digizeit behalten Sie es im Hinterkopf. Notieren Sie sich das für den Winter. Jetzt werden Sie mich allerdings fragen, ja, ist ja schön und gut, aber warum soll ich so viel Zeit investieren? Denn das sind schon einiges an Zeitaufwand und Lernaufwand, was Sie da investieren sollten. Warum soll ich das tun? Was bringt mir das denn eigentlich? Wir haben uns erkundigt in der Praxis, was diese Zusatzstudiengänge aus Sicht von Praktikern bringen könnten. Und ich bringe Ihnen hier jeweils zwei Zitate für das TWZ und danach für das Digizeit. Für das TWZ ein Rechtsanwalt, Partner einer Großkanzlei, der sich auf Produktsicherheitsrecht spezialisiert hat, also auf gerade die Fragestellungen, unter welchen Voraussetzungen dürfen Produkte in den Verkehr gebracht werden, was muss passieren, Stichwort Rückrufaktionen, wenn ein Produkt defekt ist. Und gerade in diesem Betätigungsfeld ist das technische Verständnis enorm wichtig, um hier adäquat juristisch beraten zu können. Dasselbe gilt für Industrieunternehmen. Wir haben hier tatsächlich ein deutschlandweit einzigartiges Angebot. Die TWZ finden Sie deutschlandweit nirgends. Das läuft nur hier am Bayreuther Campus, weil wir die Infrastruktur dafür haben und weil wir die Leute haben, die an solche Projekte glauben. Hier können Sie also was Einzigartiges machen. Und das Ihnen das, was bringt, kann ich Ihnen auch deshalb zeigen, weil uns vor einiger Zeit eine Stellenausschreibung erreicht hat mit einem Anschreiben des Justiziars von Bosch, der nämlich für die Rechtsabteilung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht hat und uns fragt, ob wir bereits hier auf einen Absolventinnenpool zurückgreifen können. Und das war ein wichtiges Signal. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn Unternehmen, die wir nicht von uns aus anschreiben, sondern wenn Unternehmen das Programm finden, es gut finden, an uns herantreten und dadurch wir Ihnen die Möglichkeit bieten, später mehr Auswahl zu haben. Wie sieht es mit dem DigiZ aus? Nico Kuhlmann beschäftigt sich als Anwalt und darüber hinausgehend sehr intensiv mit Legal Tech und verfolgt also die Veränderungsprozesse, wie Juristinnen und Juristinnen arbeiten, sehr genau. Und er meint, dass wenn wir als Juristinnen und Juristen besser Ahnung von der Informatik von bestimmten Progressabläufen haben, dann sind wir dafür besser gerüstet. Dasselbe gilt für Anna-Kathrina Horn, die Geschäftsführerin eines Legal Tech Startups ist, weil sie eben auch sagt, wir schließen dadurch zwei Lücken. Einmal verbringen wir eine gute juristische Expertise mit einer sinnvollen Expertise von Informatik und Wirtschaftsinformatik zusammen. Und dadurch, und das ist mir ein wichtiger Satz, dadurch schaffen wir die Grundlage, dass Sie, liebe Studierende, dass Sie die Entscheidungsträger von morgen sein werden. Das DigiZ hat, als wir es letztes Jahr eingeführt haben, deutlich, deutliche Resonanz in der Presse gefunden. Nur wenige Auszüge hier. Die LTO hat darüber berichtet. Die FAZ hat in einem sehr umfangreichen Artikel über uns berichtet. Und die neue juristische Wochenschrift, das ist eine Fachzeitschrift, die von allen Anwältinnen und Anwälten gelesen wird, also das größte und am weit verbreitetsten Publikationsorgan in der Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis, hat hier einen sehr schönen Artikel darüber verpasst, den wir auch auf unserer Webseite verlinkt haben. Sie sehen also, das ist etwas, was tatsächlich bundesweit sehr schnell Aufmerksamkeit erregt hat, weil es auch in dieser Art, wie wir es hier machen, doch wieder einzigartig ist. Es gibt andere vergleichbare Angebote. Allerdings ist die Gewichtung und die Bedeutung der Informatik und Wirtschaftsinformatik, die wir hier haben, bundesweit wirklich bislang einzigartig. Fassen wir mal zusammen, was spricht dafür, was spricht dagegen? Was spricht dafür? Sie kriegen ein Zeugnis. Jetzt können Sie sagen, ja, Zeugnisse hat man viel, aber das Spannende an diesem Zeugnis ist, dass Sie ein Zeugnis bekommen, das von zwei Fakultäten ausgestellt wird, dass Sie also sehen und damit nachweisen können, dass Sie wirklich interdisziplinäre Kompetenzen erworben haben. Sie zönen damit, also demonstrieren, dass Sie weitergehen als andere andere, dass Sie etwas können, was andere nicht können. Sie bringen also eine zusätzliche und, wie ich wirklich glaube, im zunehmenden Bereich wichtig werdende Zusatzqualifikationen mit. Für das Studium lohnt sich das auch, weil Sie den berühmt-berüchtigten Freischuss, über den Sie schon viel hören werden und über den ich meine eigene Meinung habe, aber wenn Sie das machen, können Sie den Zeitrahmen um ein Semester verlängern. Das Allerwichtigste davon dürfte allerdings sein, dass, wenn Sie sich auf so ein Programm einlassen, Sie tatsächlich zeigen, dass Sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für morgen, dass Sie die juristische Speerspitze von morgen sein werden. Und ich glaube, es wird an der Zeit, dass Juristen wieder an der Speerspitze stehen. Was sind die Nachteile? Natürlich gibt es eine zusätzliche Belastung im Studium. Sie haben nicht unerheblichen Lernaufwand. Das können Sie sehr gut verteilen zwischen den Semestern. In Semestern, wo Jura viel zu tun ist, können Sie bei den Zusatzstudiengängen weniger tun und umgekehrt, also wir haben sehr viel Flexibilität. Aber das muss Ihnen klar sein, mit einem Zusatzstudium heißt das einfach mehr Vorlesung, mehr Lernen, mehr Aufwand. Können Sie beide machen? Können Sie möglicherweise TVZ, Digizet und Vivizet gemeinsam machen? Theoretisch ist das möglich, dass man alles drei machen kann. Ich würde es Ihnen aber nicht empfehlen, weil Sie dadurch wirklich an die zeitlichen Grenzen Ihres Studiums kommen. Es ist möglich, zwei zu machen. Aber auch da würde ich Ihnen auch empfehlen, gehen Sie rein, schauen Sie sich die virtuellen Veranstaltungen an, beschäftigen Sie sich mit den Materialien und machen Sie dann das, was Sie interessiert und worüber Sie eine Leidenschaft entwickeln. Aber machen Sie eines davon. Brauchen Sie technische Vorkenntnisse für TVZ? Müssen Sie bereits Computersprachen beherrschen für die Digizet? Muss ich gut in Mathe sein für beides? Hier gilt, je mehr an Vorkenntnissen und Vorverständnissen Sie mitbringen, desto leichter werden Sie sich tun. Wenn Sie in Mathe immer ganz schlecht waren und endlich froh sind, da rauszukommen, sollten Sie sich das überlegen, da in bestimmten Fächern chemische Verfahrenstechnik, Energietechnik, im TVZ, multimediale Systeme, künstliche Intelligenz, in der Digizet, da werden Sie hier tatsächlich nicht ganz unerheblich mit Mathe zu tun haben, sodass ein bestimmtes Grundniveau auf Abiturebene vorhanden sein soll. Aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken, gerade in der TVZ besteht die Möglichkeit, durch die kleineren Gruppen, dass Sie das hier gemeinsam aufholen können. Denn auch hier gilt, reingehen, ausprobieren, testen. Das ist sowieso das Motto dieses, nicht nur dieses, aber jedes ersten Semester, sondern in diesem Semester ganz besonders, wir testen. Wann müssen Sie sich entscheiden? Und jetzt kommt etwas, was eigentlich mit das Schönste ist an diesem Studium. Sie können sich jetzt einschreiben und Sie können schauen, ob es gefällt. Sie haben das ganze Studium Zeit, bis zum Abschluss Ihres Staatsexamens oder Ihres Bachelors, hier diese Lehrveranstaltungen zu absolvieren. Wenn Sie jetzt anfangen und zwischendrin entdecken, ist es mir doch zu viel und aufhören, ist das auch kein Problem. Das wird nirgends notiert als Studiengangsabbrecher. Sie haben möglichst flexible Möglichkeiten, hier vorzugehen. Für das Digizet empfehlen wir den Einstieg zum Wintersemester, aus den Gründen, die ich vorhin vorgelegt habe. Sie können, wie gesagt, schon ein bisschen reinschnuppern, aber wirklich empfehlen würde ich Ihnen das nicht. Für das TWZ empfehlen wir den Einstieg sofort im ersten Semester. Schauen Sie sich ein, zwei Vorlesungen wirklich an. Gehen Sie rein, machen Sie mit, prüfen Sie, ob das was für Sie ist. Und wenn es was für Sie ist, bleiben Sie dabei. Sie sollten sich für die Studiengänge einschreiben. Das garantiert, dass Sie an den Abschlussklausuren teilnehmen. Das ermöglicht uns auch mit Ihnen in Kontakt zu treten. Die Formulare finden Sie auf der Website des jeweiligen Zusatzstudiums. Noch einmal, selbst wenn Sie sich jetzt einschreiben hier und später nicht dabei bleiben wollen, hat das keinerlei negative Folgen und Auswirkungen. Wenn Sie noch Fragen haben, haben wir auf den Webseiten umfangreiche F&Qs vorhanden, die möglicherweise viele von den Fragen abdecken könnten. Sie können mir eine E-Mail schreiben unter technikrecht.uni-beiräut.de und ich stehe Ihnen nachher auch gleich im virtuellen Classroom für Fragen und Antworten zur Verfügung und freue mich dort, Sie persönlich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen sehr guten Start in Bayreuth. Machen Sie das Beste draus und viel Erfolg!